Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie sollten ihn zerstören. Sie brauchen den Codex, als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Ja, dann beenden wir den Malwa. Da übersetze. Ja, haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Codex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Danik! Übersetzen? Hast du aufgepasst? Ich habe gesagt nicht. Komm, ich warte den Film nochmal an. Klappt nicht. Oh, hier, hier. Äh, äh. Hier steht das. Öffnen. Was? Kannst du das sehen? Kannst du da raus? Ich weiß nicht wie. Escape, nee. Escape kann so nicht sein. F, F. Ach, da. Ja, soll ich sie, ja. Offizielle öffnen. Also die ersten zwei sind richtig. Und dann ist ein Pfeil. Der dritte ist falsch. Oder? Der dritte ist falsch. Ja, war ja fast dabei, ja? Ja. Ja. Hat aber gute gekriegt. Wie gesagt, wir machen. Dass ich das nur geraten habe. So ist auch richtig, ne? Ja. Und jetzt? Rein rülpsen, dann. Rein rülpsen? Ja. Ja, ist offen. Ach so. Ja, habe ich gut gemacht. Bim Bam, öffne dich. Toll. Obwohl sie das merken müssen? Ich hoffe nicht. Hier ist... Ja. Oh, Licht. Ein helles Licht. Helles... Da ist Lude, da unten. Mein Gott. Mein Gott. Was der fuck? Das muss das Zentrum sein. Das muss die Maschine sein. Glaube ich. Die Maschine. Ja, wenn man an die Arbeit passt. Ja. An die Arbeit. Versprechen Sie mir bitte, Wasser. Ach, wenn ich auf der Strecke bleibe. Bringen Sie es zu Ende her. Wir bringen es zu Ende, Karma. Sie und ich. Ja, aber... Alles zusammen. Ich habe uns hierher gebracht. Das zählt doch auch was, oder? Zählt wo für? Für... Ich weiß auch nicht. Komm, jetzt sind die mentalen Scheiße weg hier. Los. Ich will schießen. Sie sind ein guter Mensch. Ich bin ein gut Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie hier ruiniert. Oh. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Aha. Hm. Hey. Tut mir nicht leid, wie in Kelly. Ali. Ali. Genau. Hier lang. Schafft das Geräte sein. Hey. Da ist Danny. Es ist noch nicht zu spät. Danny. k die tue 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 ok но muss heute wieder darunter gelootet er so gut oder nicht beiratet Runtergelootet. Ob das Foto jemals in den Duden aufgenommen wird? Runterlooten. Komm, wir looten mal runter. Ey, hast du Medikid, ich loote. Ute, loote, Kasi, wir. Ja, ja, ja. Das ist jetzt für mich. Und was kriegt man, wenn zu viel Loot rumliegt? Na, sie looten. Das ist jetzt für mich. Danik, mach sie mich. Oh Mann. Oh, hä? Kann ich jetzt mit dir hier, was ist das jetzt hier? Eine Loot-Vergiftung. Ich hab jetzt echt ein Ding da weggenommen. Muss ich das mal mitnehmen? Du hast es kaputt gemacht. Bei denen ist nämlich noch so ein Ding. Man kann jetzt, glaube ich, sicher einsetzen. Ah ja, hier. Oh, der Bot-Flee raus. Kann ich, ich hab die Hände voll. Warte, ich hab die Hände nicht schmeißen. Muss man Bot denn? Wo werden hin? Da, wir hin. Tschüss. Sag ich jedes Mal. Dann wird es gerade so oft. Tschüss. Ich setze ein. 5, 4, 3. Ich glaube, das ist für die, glaube ich. Ja. Hab ich nicht, aber auch mit. Geh mal schön weit weg. Ja. Noch so ein explodier-Ding. Oh, oh, oh. Da, Danik. 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 Der schieße Sie. Der schwebt gar nicht mehr. Hm. Er ist doch ein Boden der Tatsache. Das röcke ich ehrlich. Ja. Oh, Loot. Oh. Oh. Was wirst du hier? Ja, hier ist für so ein Batterie-Ding. Ja, wo sind die Typen, die uns erschießen sollen? Ach da. Da muss ich es einsetzen. Okay. Ist da jetzt noch so ein Ding drin? Yo. Warte mal. Erst mal gucken, wo die in solch Schießköpfe hier sind. Die sind gar nicht hier. Ja, ich beeile mich doch schon. Ich habe einen Draht. Oh. Ist ja gut, ich beeile mich. Los, los. Wir haben noch keine Zeit. Martin, Martin Luther King. Gutes Lut, Grillgut, Grillgut, Grillgut. Oh mein. Hey, du machst die ganze Spannung hier kaputt. Verdammte Ketzer. Ja, findet sie. Perser-Ketzer. Hey, den Kodex zur Maschine bringen. Komm, bring den Kodex zur Maschine. Alles klar. Wo ist eigentlich? Ich habe die gerade aufgesammelt, das war die komische, das war die komische. Ja. Dings. Dings halt, genau. Oh, was ist er denn? Boah, schieß sie jetzt schnell, ey. Alter. Alter. Ich glaube, er hat schon hinter sich. Hör, ging nochmal fix. Wollte aber noch irgendwas in der Nähe. Da, da kommt er. Oh, was gibt es? Oh, macht es Wumms. Hier platzt gerade eine Luftballung, glaube ich. Oder Gehirn. Oh, was ist das? Wo springen Sie ja nicht. Ne, leider nicht. So, warten mal, wo müssen wir hin? Da hoch müssen wir hin. Geht jetzt von da lang. Genau. Kurz los. Ja, mach, mach. Artefaktlager untersuchen. Gucken wir mal rein, wa? Ja, komm. Na? Wieso, wieso ein bisschen auf Spielzeit kommen? Es sind ja erst zwölf Stunden oder so. Oh, ne Bank. Oh, ne Audio-Nachricht. Oh, ein. Du hast eine Actionfigur, ein, so ne eingepackte. Ja, ich wüsste was. Er war nackt und zittert alt. Ein Textlog, was ich nicht durchlesen werde. Oh, was hast du denn? Oh, okay. Oh, gut. Du musst jetzt hier fliegen. Lass uns was durch hier sammeln. Kehr. Warte, wie geht es um die Steuerung, ne? Ne, alt. Ja. Juhu. Da geht es schon mal nicht rein. Hier runter müssen wir. Ich komme nicht mal raus hier. Warte mal. Oh, 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 oh. Bremst. Ah, ah, ah. Das ist so ein Explosions, ganz, ganz fette Explosionsviecher. Was? Aber ganz fette. Weiter unten. Ja, auch du meine. Nein, die explodieren ja gar nicht. Ne, das ist ja nur diesmaßen. Okay, sah nur so aus. Erstmal draufschießen. Ich glaube, der hat schon hinter sich. Ich glaube, der hat auch schon hinter sich hier. Was ist unser Ziel? Archäologie-Dingens durchsuchen. Erkunden. Okay. Uuuuh. Uuuuh. Das verriegelt. Da geht es nicht weiter. Stasenwisch nicht. Da ist geöffnet! Öffnet! Geh. 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 Auf den Anfang. Oh, Hanni geht's hier weiter runter. Uuuuh. Oh. Völlig losgelöst von der Erde. Ich glaube, die Lederstrahlung darf man nicht berühren. vermute ich mal jetzt einfach. Ich schwebe Du hängst da so in der Luft, ey. Was hängst du da so rum? Noch ein Text-Log. Videopack. Videonachricht. Welt in Übersetzung. Krieger. Penis, Penis, Doppelpenis. Irgendwie muss man sich die Scheiße noch merken. War doch so, ne? Noch mal gucken. Genau. Krieger. Krieger. Grüß mir die Sonne. Grüß mir die Sonne. Grüß mir den Mond. Oh, der war immer still weg hier. Wo müssen wir das jetzt einsetzen? Unser Penis, Penis, Doppelpenis? Was ist denn? Oh, war der denn hier? Können wir ja nicht schießen. Der hängt so ein bisschen in der Tür. Der Mega-Buster macht schon gut Wumms. Oh, komm, so ein bisschen Hilfe bin ich aber auch. Ja, okay. Ganz klein wenig. Ganz klein wenig Hilfe bin ich auch. Zappelt immer noch in der Tür. Ach, da ist noch einer. Huch. Ähm. Ach so, die probieren die. Da ist ja auch noch da. Ja, die fickt mich hier. Kapart. Ich weiß gar nicht, wer dir Gegner ist und was Leiche ist. Einfach drauf. Passt schon. Der Bot will hier raus. Oder nur ein, ja, wir haben nur ein. Nein, ich sage jetzt, tschüss. Sag ich nicht. Oh, das ist so unhöflich. Tschö. Tschö. Oh, einer wartet schon wieder an der Bank. Noch ein Filmchen. Das ist wieder Krieger. Äh, hä? Letzter. Letzter. Ja. Hm. Familie. Warte mal. Letzter. Krieger war das. Letzter. Familie, oinuch, Familie. Familie. Ich kann ja mal ein Foto machen. Ich kann mich das merken. Okay. Nee, mach mal ein Foto. Nee, 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 mach mal lieber ein Foto. Mach mal eben. Letzter. Hahaha. Letzter. Letzter. Äh. Na oben? Jo. Ja, er kennt man. Nach oben. Ja, wieder falsche Taste. Na oben, ja. Oh. Ähm. Was brüllt denn hier? Keine Ahnung. Ich höre zwar hier, aber ich seh nix. Hier noch ein. Ach da, oder? Ja, wie hast du gehört, da bist du auch, aber... Ich hab ja gar nicht angegriffen. Da. Ich seh die nicht. Gefunden. Man, ich hab ja... Ist noch irgendwo einer. Oder was? Was war denn jetzt? Oh, der ist gut. Ah, ist schon kaputt. Aber nur drauf schießen. Ah, hier ist noch einer irgendwo. Da unten. Nee, auch nicht. Ach, da ist er so ganz unten. Nee, konnte das halt einfach ganz und unten so einer. Das ist ja nämlich... Warte, wir können ja vielleicht im Schweben dann. Wir werden runterziehen da. Triff ich die überhaupt? Ja. Aber ich hab das nicht. Doch, hab ich da. Wir landen. So. Wir hätten übrigens auch wieder. Mal davon ab. Oh, der ging ja fix. Wollen wir hier kurz vor dem Rätsel eine Pause machen? Oder danach? Kriegen wir das gelöst? Ich weiß es nicht. Ne? Seid auch ihr Zeuge, ob wir das Rätsel lösen können oder nicht in der nächsten Folge von Lost oder so. Ja. Penis, Penis, Doppelpenis. Penis, Penis, Doppelpenis. Krieger. Und Familie, euer Nuch, Familie. Bis dann. Ciao. Ciao.